J.R. Ward Black Dagger Legacy Buch 2 Tanz des Blutes Private Lesung Kurzbeschreibung Der junge Vampirkrieger X ist ein Bad Boy, wie er im Buche steht. Am ganzen Körper tätowiert, verschlossen und draufgängerisch. Mit der Liebe hat X eher weniger am Hut, mit schnellem, unverbindlichen Sex umso mehr. Doch er war nicht immer so. Erst ein tragischer Schicksalsschlag in seiner Jugend machte ihn zu dem melancholischen Einzelgänger, der er heute ist. Nur die Hoffnung, bei den Black Dagger aufgenommen zu werden, verleiht seinem Leben noch Sinn. Und so konzentriert er sich voll und ganz auf das Trainingsprogramm der Bruderschaft. Aber dann kommt der Tag, an dem Ex der Aristokratentochter Elise als Bodyguard zugeteilt wird. Mehr und mehr fühlt er sich zu der schönen, klugen Vampirin hingezogen. Und entgegen aller Vernunft beginnen die beiden eine stürmische Affäre miteinander. Doch gerade als sich die erotische Leidenschaft in Liebe zu verwandeln scheint, wird X von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. 0 0 0 0 0 0